Okay, gib direkt hier eine Instanz. Äh, yo. Okay, gib direkt hier. Ich traue diesen Treppen da nicht. Ich traue den Treppen. Ich traue den Treppen. Ich traue den Treppen. Okay, die nehmen wir mit. So, jetzt haben wir das Ding gedreht. So kommen wir hier nicht weg. Okay, probieren wir mal so. Auf der anderen Seite war auch noch ein Ausgang. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht hin. Warte, wir drehen das ganze Ding nochmal. Ah, ich verstehe, glaube ich. Wir müssen es so drehen, dass hier links ein Eingang ist. Wenn wir es gedreht haben. Vielleicht so. So komme ich da nicht her. So komme ich nicht hoch. Dann kann es ja eigentlich nur so sein, ne? Probieren wir es mal. Oh ja, perfekt. Okay, das ist auf jeden Fall ne witzige Mechanik. Okay, das ist das Ding. Also wird es gut, wenn man sich dort auf den Treppen. So muss ich das reken. So muss ich das reken. Okay, das ist das Ding. So geht das Ding. So geht das Ding. So geht das Ding. Ja, haut mal schön auf die Eisbücher. Ja, das war die Sphäre. 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 Der hat schon einen coolen Stil, so, ne? Ja. Ja, das war die Sphäre. 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 Die Sphäre sind auch die Sphäre. Hm. Es ist ein Schmiede. Hä? Das ist so ein Schmiede. Hör mal. Hast du das? Wir haben uns auch... Das ist das wichtig. Das ist ein Schmiede. Ich weiß nicht, dass sich das gut und sicherlich sein. Wir verstehen uns auch das. Hä? Ihr habt auch noch ein Schmiedes? Und das ist... Du hast es schon verletzt. Entstanden. Ich will nur den Schmiede. Das stimmt. So, interagiere mit einem mystischen Brett an der angegebenen Stelle um das Schlachtfeld der Listen und Kriege zu besuchen. Okay, jetzt geht es hier direkt ab. Warte einen Tag. Ich kann auch hier alles aufmachen. Hmm. Lecker, lecker. Ja. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich hier ein paar Monate habe, aber ich habe das Gefühl, dass ich 20 Jahre alt bin. Hey, hast du hier geguckt? Ah, ich bin hier, der Arschlusser. Alle, ich habe schon gesehen, aber ich habe auch noch nicht geholfen, aber ich habe auch noch nicht geholfen. Ja, ich habe das Gefühl, aber ich habe das Gefühl, dass ich es für einen Ratschern für einen Ratschern. Also Cookie ist schon mal ein ziemlich cooler Charakter. Nett, hilfsbereit, hat Ahnung. Ich habe auch noch eine Frage, was ich? Ich habe auch noch eine Frage. Ich denke, dass ich nicht diese Mänschen habe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, oder? Hey, aber... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe schon gehört. Ich habe schon gehört. Ich fühle mich nicht in 20 Jahren. Ich denke, dass ich das nicht so fühle. Das ist auch ein Problem. Ich denke, es ist anders. Ich denke, es ist anders. Ich denke, es ist ein Unterschied. Ich denke, es ist ein Unterschied. Es hat viel Mache. Oh, das ist egal. Ich denke, es lag das 3 bis 5 Tage Jahres. Ich habe ein Suches Gemüse auspült. Ich habe das auch nicht gesehen. Ich habe das ganz gut gemacht. Ich habe das auch nicht erwartet. Ich habe das auch nicht gesehen. Ich habe das auch nicht gerecht. Ich habe meinen Tumum zu ver Deput. Ich habe das auch nicht gerechtktioniert. Ja, wenn ich休ze, mein Körper ist in der ersten Zeit. Ich glaube, ich habe noch nicht mehr überrascht. Äh, ich glaube... Was ist das... Was ist das? Das stimmt. Wenn das wirklich ist, dann... Der Mann ist 1,000 Menschen. Ich denke, dass es nicht möglich ist. Ich denke, dass es hier passiert. Alle, ich habe es plötzlich gesehen. Es gab einen neuen Weg. Ich denke, dass es ein anderes Ort ist. Das ist der Weg? Okay, ich bin weg! Das ist wahrscheinlich ein Trump ist in Dorn, oder? Ja, das ist einfach nicht so einfach. Man muss sich um dich aufzuhalten. Hmm... Es ist wahrscheinlich nicht anders, aber... Oh Statt der versteckten Symbole. Let's go. Symbole. Die Symbole auf der Plattform haben verschiedene Farben und Muster. Verbinde sie miteinander um das Rätsel zu lösen. Tritt auf das richtige Symbole um sie zu aktivieren. Was passiert jetzt hier? Oh scheiße. Ich hab grad nicht geguckt so. Okay, warte auf. Das hier ist... Zwei Striche. Komisch Striche da unten drüber. Okay. Zwei Striche. Hä? Das grün. Das blau. Zwei Striche. Das waren doch alle... Ah, in der Mitte 3, ne? Ja, als Belohnung bevor er vom Bus. Oh, das war die Friche. Das war die Schmerze. Und dann haben wir den Schmerzen. Das war die Schmerzen. Oh. 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 die lichtung der straße zu steuern beleuchte die mit den zimmern größten symbole auf der gegenüberliegenden plattform um sie zu aktivieren also jetzt wird's creepy falsch so lila haben wir so was haben wir denn da das bett mobil es ist eine saukule mechanik leute ist wirklich eine saukule mechanik die die skilke oder der kino Ja, einfach aber noch. Das war's für mich. so Das haben wir auch. Dann brauchen wir gelb. So, gelb wird das hier nachher. Zitzen wir arbeiten. Was sagt ihr denn, der ist? Was sagt ihr? Das ist doch die dritte Sphäre. Okay, dann haben wir hier, dann brauchen wir jetzt noch dieses Blaue. Blaue ist da drüben. So, dieses Spider-Man-Symbol. So, das ist doch die dritte Sphäre. 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 Ich finde es cool, dass die mal so eine Abwechslung reingemacht haben, so ein 3D Puzzle quasi. So, das ist doch die dritte Sphäre. So, das ist doch die dritte Sphäre. Der ist ein Schatz, oder? Ich werde schnell helfen. Moment! Ich habe etwas falsch. Das ist... ...und... 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 Oh! Wir waren immer noch bei dir, dass du dich vorst. Wir waren wirklich hier. Der Kage? Aber was das passiert? Ahn-chan, dass ich mich nicht verletzt habe, dass ich mich nicht verletzt habe, dass ich mich nicht verletzt habe. Was das passiert? Moment. Es ist etwas... Es ist etwas... Es ist etwas... Es ist einfach... Oh, das ist Yuthie! Das ist Yuthie! Ist schon ein bisschen creepy, ne? Oh, ich spiele den Reisenden. Das bedeutet, gleich kommt meine Schwester oder so. Ist immer ein guter Indiz. Das ist eine Kussung. Ich bin eine Kussung, oder? Es geht nicht einfach. Ich habe eine Kussung. Wenn ich mich selbst nicht mehr riefe, werde ich. Ich werde mich schlafen. Ich werde mich schlafen. Das ist hier zu schlafen. Das ist alles, was ich? Wenn ich mich überraschere, dann wird das, was ich verletzt. Das ist... Pai-mon, ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht mehr, was ich nicht mehr machen kann. Okay, ich will nur noch ein bisschen schlafen. Shino, du bist ein Geist? Ich habe keine Angst, was ich hier? Warte, ich glaube, dass ich hier nicht bin. Ich habe hier auch nicht gehört. Ich habe das auch gehört. Das ist ein Geist. Das ist ein Geist. Ich habe schon mal geschrieben. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Das ist das! Nein, ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Du hast auch überlegt, was du? Aber,忍. Das ist das, was du für mich. Entstehens? Du hast es auf mich. Wenn du das verstehst, kannst du rausgehen. sich über andere lustig machen, wird in dem Moment auf jeden Fall groß geschrieben. Das war's für mich, und das war's für mich. Denkst du. Du bist ein Inazuma-Geräu. Ich bin ein Inazuma-Geräu. Ein Mensch. Das ist es. Ich bin nicht wahr. Das ist nicht so. Ich bin ein wenig zufrieden. Ich bin ein怪奇-Geräu. Ich bin ein wenig zu öffn. Ich bin ein wenig zu öffn. Wer ist der nächste? Hey, der Herr Maun. Ich bin der nächste Mal. Das war's für mich. Ich bin der Herr Knoob, du hast noch einen Buch geschrieben? Ich habe keine Ahnung, aber ich bin der Herr Knoob-Konob. Ich bin der Herr Knoob-Konob. Oh. Wer ist der jetzt? Hey! Das ist der Herr Knoob-Konob. Ich bin der Herr Knoob-Konob. Ich bin der Frau von meinem Vater. Ich wusste nicht, dass sie hier willkommen bei zusammenzufinden. Aber damals sagt sie jetzt die Frau nachher, aber ich wollte nicht nur den Frau nach Hause sein. Ich bin nicht so verletztert, und ich habe bei den Riehue angefangen. Aber meine Familie habe sie nicht verletzten... Wir wissen das nicht schon. Sie wissen, dass ihr da zusammenfassen habt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Leute, kurze Pause, ich muss kurz vom Hund raus.